Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Zu selber Zeit hatten es etwa 2'000 Abonnenten. Jedes Heft wurde von etwa vier Personen ganz im Versteck gelesen. Hallo, ich habe noch Ihre Gäste. Das Grossartigste am Kreis waren die Bälle. Das waren damals die einzigen schwulen Grossanlässen weltweit. Schön, dich da zu sehen. Weisst du, es ist ein Erd. Das kann nicht sein. Ich habe den Ernst nicht gesehen, an dem Tisch zu sitzen. Dann habe ich aber gemerkt, das ist der Star vom Kreis. Also kannst du dich wieder an den Herren machen. Verbotene Hefte nach Deutschland schmuggeln. Wem sollte das das Leben retten? Homosexualität ist in unserem Land nicht strafbar. Nein, aber registrierbar. Alles hat gerade so eine Brüche gewährt. Sie wollen also Lehrer werden. Sie sind gar noch nicht gewährt. Der Kreis ist mein Zuhause. Und das machst du mir nicht kaputt. Für mich wird es zum Gefängnis. Wir sind doch kein Verbrecher. Wir sind keine Verbrecher. 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 Vielen Dank.